Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde hier zu einem weiteren Teil Transportfever Season 2. In der letzten Folge hatten wir jetzt hier unseren Güter Ost Zug verändern, haben wir jetzt komplett auf Containern umgestellt und da nehmt ihr schon mal deutlich mehr Waren mit. Ist jetzt auch ein paar Zentimeter länger geworden, aber das macht nichts. Hier ist ein reiner Container Zug, nehmen wir jetzt doch schon einiges an Gütern mehr mit. Rot macht auf jeden Fall mehr Treibstoff. Und ihr seht es ja hier, aber die können wahrscheinlich kein Baumaterial mitnehmen. Shit habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hier ist dann auch so viel Platz. Baumaterial ist liegen geblieben. Ich glaube, ich habe hier jetzt, wir können kein Baumaterial mitnehmen. Die Dinger müssen wir dann mal zwei Waggons weg machen. Und dann reine Baumaterialien. Die können keine Baumaterial mitnehmen. Antibelastend. Können das auch nicht. Die können das auch nicht. Die können das. Ja, dann machen wir hier nochmal. 1, 2, 2 weg. Ich kann ja alles mitnehmen, aber die stellen wir jetzt halt mal nur auf Baumaterial. Da ist Baumaterial, da ist 2. Das sind dann ja auch 16, 56 Einheiten jeweils pro Zug. Das sollte eigentlich dann reichen. Sofort ersetzen. Jo. Der nächste dürfte hier schon in den Standlingern stehen. Das hat aber volle Pulle. Machen wir jetzt hier einmal durch. Ich habe gedacht, das wird jetzt ganz schön Längen. Man hängt in der Geschwindigkeit. Man macht also doch auf 1. Warum steht auch ein bisschen da, die wir schon eh nicht mehr lang gefahren. Oh, der ist auch ein bisschen da. Und die ist auch zu dicht dran. Und der steht auch zu dicht dran. Und der steht auch zu dicht dran. Und der auch. Und der auch. Und die schwimmen in der Luft. So eine gute Quote, oder? So, jetzt geht es in den Hauptbahnhof. In den Güterhauptbahnhof. hauptbahnhof hier hatte ich ja auch diese neue brücke damals gebaut sie den lkw staune linken seite die man alle abladen aber hier sind ein paar harte huckel dran hat der tg hört ja das ist jetzt hier anfängt zu lenken es ist leider normal weil hier echt wirklich viele büter sind viele details oder bahnsteig ist doch schon wieder voll nach so kurzer zeit aber einiges zu mitnehmen viele baumaterialien dafür jetzt kein treibstoff mehr und ich glaube das können wir mal anpassen wie wir wollen das geht es halt einfach sich dann irgendwann einpendeln noch mehr baumaterialien nimmt halt auch nichts mit zurück 56 baumaterialien damit waren tun ist natürlich 156 mal gucken was brauchen wir in die industrien ja was was wir mitnehmen könnte plastikstoffe steine und deckt dann doch das deckt dann auch mit ab holz eigentlich brauchen wir noch mehr holz ja mal gucken kann der bretter laden das kann er doch wieder nicht das kann er doch bestimmt wieder nicht müter stimmt nicht doch auch schnell kann er mitnehmen ja perfekt da würde ich sagen hier hinten haben wir jetzt in den bahnhof dann macht er auch keine lehrfahrt ihr hält er ja nicht an hier fährt er ja nur durch wir könnten aber die luft hat er jetzt nicht denn über die ganzen baumaterialien abgeliefert ach ja die stadt hängt ja auch noch komplett damit dran ja der hat auch kein abgeliefert weil der ist noch ist ja noch gar nicht der zug wir packen auch schon welche drinnen können jetzt hier oben eventuell noch mal holzfäller mit dünsten setzen kann der kann der der wohl mir doch bitte einfach den schuppen ich habe ja den die rolle landstraße drauf sitzen wenn die rolle landstraße holz mitnehmen kann klar dann nicht dann nicht aber warum war das irgendwo hier hin und hier drüben passiert hier ist mein test gelände stadt hat sich recht mega erweitert schon echt krass und die güter die hier verteilt werden die sind bestimmt auch einfach alles nur zu klein ja das passt ja alles auch hinten und vorne nicht mehr zusammen aber ich würde sagen dann bauen wir uns jetzt irgendwo mal hier hinten eigentlich für das ist schön auf der anderen seite aber ich glaube ich kriege jetzt keine vernünftige brücke aber ist jetzt von hier über die schienen da kann ich ja schon fast die schöne brücke bauen hier zack ich kann nicht doch hier hin bauen das kann ich was mit mal fünf machen willst du willst denn damit überspannen das ist ja krass erreicht seile mittelgroße straße dann würde ich sagen setzen wir die einfach hier hin das wird so heftig ja wir setzen die einfach hier hinten hin zack das passt das passt das kann man so lassen und es geht auch wie auf dem handy ab egal bis jetzt warten wir nehmen jetzt auf so dann geht es von mir da auf diese kreuzung nein geht es nicht aber erst die straße weiter bauen sonst gibt es doch gleich wieder komplikationen gibt es sowieso schon warum auch immer was auch immer jetzt ein problem mit der straße hat dann bauen wir die straße als erst weil der sich da zu doof anstellt jetzt ist es ja wieder kein problem und da auf die kreuzung drauf schon die normale genau zack und hier jetzt sind auch runter so dann setzen wir jetzt einfach erstmal hier einen wald zu sagen hin wenn wir sie finden das stahlwerk waren fabrik vom material öl chemie maschinen auto safe jetzt kann man kurz auf mein handy gucken tut mir leid sprachnachricht fabrik wald ein wald muss vier bei dem wald war so gibt es eine straße er hat jetzt eine lkw verladung hier wir heißen das kaff ach du scheiße gretchen und hier und hier nach da also ich habe hier so viele probleme diesen städten allein schon mit den leuten aber auch herrlich na gut egal er kann baum stemmen kann er nicht ist denn hier der baumstamm fritzer er kann auch nur breller und der hochgang von denen da aber lieber den ich glaube das kann ja kack das spiel ab ne kackt es nicht jetzt mal gedacht so holz gretchen dann wenn wir das mal so ein bisschen im auge behalten nein das wird mich schon jetzt gleich gut abgehen produzieren tut das mal wie wild da hätte der wird der zug auf jeden fall mal keine lehrfahrt machen natürlich jetzt echt ein kleiner kleiner bahnhof ja so kleiner umschlag platz wo sind die lkw jetzt die ersten da kommen sie angedüst dann geht das gleich los gut dann müssen wir nicht darauf warten hier hatte ich ja genau hier die normale zweite brücke gesetzt hier wie jetzt eine s-bahn auch fahren auch hier baut die stadt jetzt okay alles klar können wir machen weil wir hatten ja nur die eine brücke und das war jetzt das einzige verkehrschaos deswegen habe ich jetzt hier noch eine brücke hingesetzt hier hat jetzt auch ein paar lkws drauf der rolle landstraße wenn man wenigstens ein paar güter mit in dem man fährt der andere wird auch noch ordentlich was dabei hier oben der intercity es wurden auf jeden fall echt viele leute von hohen linden nach gretchen es gibt ja keine verbindung ich meine idee ist wir haben wir hier diesen schönen bahnhof noch eine s-bahn linie zu machen weiß noch nie von wo wir vielleicht mal abzweigen die dann hier noch mit auf den bahnhof auf geht wir haben wir hier glaube ich das macht er das sind so wenn es ist dass er die c halt hier aber der hält nicht an der fälle durch gerät er ist natürlich eine 5000 mann statt und da hält er die c nicht an ist das der das müsst ihr dann der lütte die c sein warum man darum umlungert c1 da kommt jetzt mal noch ein zug ist weiter breit keiner wird zu gefallen überhaupt drei nur das ist nur ein attrape da jetzt brauchen wir auch schön hier auf die linie drauf c1 natürlich die frage wahrscheinlich wenn wir den erhalten würden wenn die züge wieder voll dann kann ich hier gleich wieder in die c5 aufsetzen allerdings würde ich mal ganz krass diese linie hier entlasten warten auf freie wege da muss man überlegen ob man in die c3 oder doch wieder in die c5 er ist voll wenn wir den als stopp noch mit hinzunehmen gretchen dann müsste ich ihnen dann müsste ich den bahnhof hier erweitern und auch hier halten lassen wenn ich jetzt aus hohen linden hohen linden oder heidendingsbums da jetzt hier noch eine s-bahn hin machen würde der zug ist ja eh schon überlastet der ist ja eh schon voll wenn ich jetzt dann aber noch mehr leute hier hin bringen würde wäre es ja noch voller das geht nicht also ich müsste jetzt dann hier den zug auch stoppen lassen mache ich allerdings keine c3 mehr herum fahren oder der ball hat jetzt mit 62 jährigen bahnhof auch die blöde gut da überlege ich mir aber was ist für die nächste folge hat sich gefallen hat wissen was zu tun ist wenn ich mich freuen wir nächstes mal wieder einschalten würde bis dahin haut rein tschülüüüü